Dani, Dani, wir sind für die Coldwater Challenge nominiert worden. Was ist? Fit4Country sind nur noch bis 1.9. Gibt's nicht. Nein, die Herausforderung nehmen wir an. Komm, wir zwei machen das. Gehen wir. Fit4Country is communierend Wohnzimmer sich jobben. Für die Schrechladung den Teil der Trucke Ja, w syntaxe retirement. Lachen. book sewen So meine lieben Geser, nichts ist mit Schnapseln, wir haben die Herausforderungen angenommen. Und außerdem haben wir jetzt schon genug Wasser, jetzt stoßen wir mal an. Wir haben es geschafft. Prost! Prost! So, nominieren tun wir Salzburg Dissolt River Country Club. Club, schöne Grüße. Burgenland, Grizzlies Line Dancer. Und als dritter mein Heimatverein, Phoenix Line Dancer, die Phoenix Dancer. Und Emmy habe ich auch gemacht. Ich wünsche euch noch schönen Urlaub. Ciao!